Es freut mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind, bei dem schönen Abend, der noch ohne Gewitter bis jetzt davon gekommen ist. Es freut mich auch, dass Damen im Publikum sind. Das ist nicht selbstverständlich bei so einem technischen Thema, obwohl es hier auch in soziale Bereiche geht und noch sehr stark, das wird man auch sehen. Mein Name ist Amadeus Wittwer, wie gesagt, ich selber bin auch Solaranlagenbesitzer. Es ist zwar nur eine sehr kleine Anlage, ich bin Mieter und habe am Balkon eine ganz kleine Anlage. Aber ich produziere auch Eigenstrom. Ich bin passionierter Elektrofahrzeugfahrer und zwar Renault Twizy. Ich würde an jeden einladen, um mal mit mir eine Probefahrt zu machen, wenn es sich ergibt. Ich komme aus der Praxis. Ich habe selber Elektromechaniker gelernt. Ich bin dann noch eine Zeit in IT gewesen. Fokus System Administration auf Linux System. Und habe nachher ein Nachdiplom gemacht als Projektmanager. Das war eigentlich auch mein letzter Job. Bevor ich mich dann anders betätigen musste, und zwar mit Fukushima, hat es mich wachgerüttelt. Ich konnte nicht mehr das normale Leben weiterführen. Ich habe dann angefangen, Lösungen zu suchen. Ich war nicht der Einzige. Es sind noch andere Leute gekommen. Und am Schluss daraus ist dann die Energiegenossenschaft Schweiz entstanden. Als ich zuerst einmal als Projektleiter das Ganze aufgebaut habe. Und dann bin ich ein paar Jahre Präsident gewesen. Und aktuell habe ich eben die Funktion als Geschäftsleiter hinein. Die Energiegenossenschaft Schweiz. Das haben wir auch schon gehört vorhin. Danke Hannes. Wir haben fünf Fachgebiete, wovon zwei Hauptträger sind. Das eine ist, wir bauen Solaranlagen, Photovoltaikanlagen mit Fokus Bern, Luzern und Zürich in diesem Gebiet. Und wir handeln mit Solarstrom. Solarstrom, Herkunftsnachweis. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Zu unseren Kunden zählen zum Beispiel hier. Das wurde im Januar direkt unter dem Bundeshaus eröffnet. Das ist die Ugi Bern. Ein Neubau. Dann haben wir eine Pensionskasse. Zum Beispiel die Stiftung Oberrot. Wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten mit Architekten zusammen. Mit Wohnbaugenossenschaften. Das wird es im Vortrag noch weitere Beispiele geben. Und auch mit Einfamiliehäuschen Besitzern. Wir sind eine relativ fixe Truppe. Eine Montagecrew, welche recht schnell eine Solaranlage in Betrieb bekommen. Das Thema Eigenverbrauchsgemeinschaften beschäftigt mich persönlich schon lange. Eigentlich seit 2014, wo das Energiegesetz angepasst wurde und reingeschrieben wurde, dass es jetzt möglich ist, Strom selber zu produzieren. Also das ist jetzt erst vier Jahre her, dass es überhaupt erlaubt ist, dass man Strom selber produzieren und den auch selber brauchen darf. Vorher ist hier nichts im Gesetz drin gestanden. Und seit dann interessiert mich das relativ massiv. Wir haben auch schon immer daran geglaubt, dass der Bund die Richtung, die der Bund eingeschlagen hat mit Eigenverbrauch und Einmalvergütung, dass das der richtige Weg ist und nicht der Weg Käff. Und somit schaue ich eigentlich schon relativ ein paar Jahre zurück auf die Praxis. Und ich mag mich noch gut erinnern, eine der ersten Eigenverbrauchsgemeinschaften, die wir aufgebaut haben, das ist auch jemand da im Publikum, der dort dabei war. Wir sind da zu dritten hoch am Kochitisch gehockt, haben uns das ausgemalt, wie jetzt das wird. Das ist da, das ist im Rossfeld in Bern gewesen. Haben uns das ausgemalt und es ist wirklich so ein bisschen, wir sind nicht ganz sicher gewesen, dürfen wir das wirklich oder nicht. Also es hat dann so geknistert. Machen wir jetzt etwas, was da legal ist oder machen wir etwas Illegales? Und es ist ganz klar gewesen, es ist legal oder es ist im Gesetz drin gestanden. Es hat dann sogar mal noch eine Vollzugshilfe gegeben. Vollzugshilfe Eigenverbrauch hat das geheissen. Sehr ein revolutionäres Dokument. Müssen wir vielleicht nochmal sich zu Gemüten führen. Hat sich jetzt ein bisschen abgeändert. Aber also dort hat der Bund eigentlich ganz klare Signale gesteckt. Wir haben dann das diskutiert. Haben gefunden, ja das machen wir. Das sind drei Liegenschaften. Die erste, das ist in drei Phasen geplant gewesen. 2014, 2015, 2016. Und als wir im 2014 DWB gefragt haben, ob wir das machen können, haben sie gesagt, nein es geht nicht. Und dann ist der Strom einfach mal vom Dach nicht zur Mieter gegangen, sondern über allgemeinen Strom ins Netz eingespiesen worden. Die DWB hat dann mit uns natürlich die Gespräche weitergeführt. Und hätten das 2015, 2016, hätten wir das schon machen. Also ist ganz interessant. Mein Ziel heute von diesem Vortrag ist, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder, nachdem er das gehört hat, in der Lage ist, eine Eigenverbrauchsgemeinschaft zu gründen. Dass jeder weiss, dass es finanziell eine sehr interessante Angelegenheit ist. Und drittens, dass es ökologisch sinnvoll ist. Zum Inhalt. Also ich sehe die folgenden Punkte. Ich werde kurz ein Zoll kurz darauf eingehen. Dann Stakeholder und Rahmenbedingungen. Also wer und was ist daran beteiligt. Dann, wie tut man so ein CEF aufsetzen. Beispiele zu der Wirtschaftlichkeit. Dann, wer hilft euch dabei? Was sind Dienstleistungen, die es schon im Markt gibt? Vielleicht, wenn die Zeit reicht, noch einen Ausblick und dann wären wir am Schluss. Genau. Also das ist das Beispiel, wie es noch an vielen Orten in der Schweiz praktiziert wird. Das ist das Mehrfamilienhaus. Mit mehreren Mietparteien. Man ist am Stromnetz angehängt und bezieht auch den Strom. Und jede Partei hat einen eigenen Zähler. Jetzt, das ist so, wie es nachher soll sein. Wenn man ein CEF gegründet hat, hat man eine Photovoltaik auf dem Dach. Wir hatten schon mal einen Fall, wo jemand gefunden hätte, man kann ja ein CEF schon vorher gründen und erst nachher die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das geht also nicht. Also man braucht eine Photovoltaikanlage. Und dann wird der Solarstrom, wenn die Sonne scheint, direkt vor der Hauptverteilung eingespiesen. Und eigentlich jede Mietpartei hat dann die Möglichkeit, oder kommt Solarstrom in die Steckdose rüber. Neu gibt es einen bidirektionalen Zähler beim Ausgang. Der misst das, was reinkommt und er misst aber auch das, was rausgeht. Wichtig sind jetzt die Fachbegriffe. Es gibt ein paar Dinge, die vielleicht neu sind. Vorher haben wir vom Bezug gesprochen. Neu ist Eigenverbrauch. Das ist das, was im Haus direkt gebraucht wird. Also zeitgleich. Wenn die Sonne scheint und da ist irgendein Verbraucher am Laufen, dann spricht man von Eigenverbrauch. Das ist das eine Wörtchen. Und das andere Wörtchen ist Überschuss. Das ist das, was nicht hier im Haus gebraucht wird. Weil aktuell haben wir vielleicht 10 Kilowatt, die gebraucht werden. Und wir produzieren aber 20. Dann sind es 10, die rausgehen. Überschuss. Was auch noch wichtig ist, dass eben die Zähler, die wir jetzt hier sehen, oben am schwarzen Strich, die dürfen privat sein. Es muss nicht sein, dass die weiterhin im Verteilnetzbetreiber gehören. Die dürfen das private Eigentum sein, so wie es vorher auch der Hannes Heuberger erläutert hat. Aber dieser Zähler bleibt natürlich weiterhin vom Verteilnetzbetreiber. ZEW ist einmal eigene Zähler. Dann in den Wohnungen ist Solarstrom. Und es gibt ein Ansprechpartner gegenüber Verteilnetzbetreiber. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wer ist daran alles involviert? Also vielleicht ganz zallererst dürfen wir sagen, eben seit dem 1.1.18, das ist aus der Abstimmung der Energiestrategie 2050, letztes Jahr aus dem Erwachsen, ist das Energiegesetz neu geschrieben oder abgeändert worden. Und dort drin sind, ist die Eigenverbrauchsgemeinschaft explizit im Artikel 16 und im Artikel 17 erwähnt. Dann gibt es noch ein zweites Reglement, und das ist Energieverordnung. das ist ein wenig unterstellt, wenn wir so wollen. Aber es gibt immer noch eine Aussage für euch alle hier. Wenn ihr die ZEW gründet, dann sind dort Artikel 14 bis 18 die ausschlaggebenden Artikel, die regeln, wie soll das Ganze funktionieren. Oder wie muss es funktionieren. Dann muss man ganz am Anfang klar unterscheiden, es gibt zwei Wege, die man einschlagen kann. Also wenn man Eigenverbrauch im Mehrfamilienhaus machen will, so wie man es hier sieht, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Praxismodell VNB. Das ist eine Variante, dass diese Zähler auch im Verteilnetzbetreiber gehören. Also VNB ist der Verteilnetzbetreiber. Ich werde vielleicht noch mehrmals diesen Namen nennen. VNB ist hier das DWB, ein wenig ausserhalb ist das BKW. VNB, oder? Das Praxismodell VNB, also man kann eine Solaranlage haben und man kann weiterhin Zähler vom Verteilnetzbetreiber haben. Und der bietet die Dienstleistungen an, von der Abrechnung und so weiter. Das werden wir vielleicht auch noch nachher von den BKW hören, was genau Ihr Service in diesem Bereich ist. Und das Zweite, was wirklich ist, ist, dass man eben eine CEF gründet, einen Zusammenschluss-Eigenverbrauch. Und dort sieht es so aus, dass man eben hier private Zähler hat. Man hat hier einen Zähler gegen Aussen und ist ein Ansprechpartner gegenüber dem Verteilnetzbetreiber. Einfach, dass das klar ist, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir weiterhin mit dem EW zusammenarbeiten. dann sind die wichtigen Stakeholder in dem ganzen Zirkus drin. Der CEF-Zirkus sind drei verschiedene. Eben, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Der Verteilnetzbetreiber. Dann gibt es den Eigentümer. Da muss man vielleicht sagen, wer ist jetzt genau das? Das kann natürlich unterschiedlich sein. Ist es der Eigentümer der Liegenschaft? Ist es der Eigentümer vom Grund und Boden? Ist es der Eigentümer der Pitbauanlage? Das muss man einfach klären. Wer ist jetzt das? Und wenn ich von Eigentümer rede, dann ist es der Vorsitz, der CEF eigentlich gegründet hat und der dort die Verantwortung übernommen hat. Dann ist der dritte im Bund, sind Mieter oder es können natürlich auch Stockwerkeigentümer sein. Welche Verträge sind notwendig? Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die man regeln muss. Das eine ist das Verhältnis vom Eigentümer zu den Mietern und das andere ist das Verhältnis vom Eigentümer zum Verteilnetzbetreiber. Also zwei Verträge. Und was jetzt ... Der Vertrag hier gibt zwei Arten, wie man den lösen kann. Die eine ist, man tut es jetzt gerade bei Mietern eine Ergänzung in den Mietvertrag hinein. Und bei Stockwerkeigentümer würde man das Reglement erweitern. Und dann gibt es noch einen anderen Vertrag und der ist mit dem Verteilnetzbetreiber zusammen. Und da ist es so, dass es teilweise schon Vorlagen gibt. Im Fall der BKW ist das eigentlich sehr schön gelöst. Man hat dort einen Rahmenvertrag, wo man auch nachher alle Mietparteien einladen, um das unterzeichnen. Was wird geregelt hier in diesem Teil? Hier müssen drei Sachen geklärt sein. Das eine ist die Vertretung des Zusammenschlosses. Also wer ist genau der, der nachher den Kopfhärer hält. Nachher wie man abrechnet, also was kostet es und so weiter, zu welcher Periode, wie man abrechnet. Und dann ist noch ein weiteres Ding. Was hat man für ein gemeinsames Produkt gegenüber dem Verteilnetzbetreiber? Weil, ihr mögt euch erinnern, es ist ja nur noch ein Zähler, den man hier hat. Und somit kann man auch nur noch ein Produkt haben. Gegen aussen. Also es kann nicht sein, dass die Partei im zweiten Obergeschoss Wünscht von der BKW das Produkt green. Und erst das OG sagt, nein, ich will grey. Geht nicht. Man muss sich einigen auf ein Produkt. Was sicher auch noch wichtig ist zum Wissen, das Vorgehen ist natürlich nicht immer ganz genau gleich. Eine bestehende Liegenschaft ist nicht gleich zu handeln, wie ein Neubau oder eine Genossenschaft sieht auch noch mal ein bisschen anders aus, als einfach eine Liegenschaftsverwaltung und dann mit den Mietern unter dran. Dort gilt es ein wenig abzuwägen, wie machen wir jetzt das? Im Fall einer bestehenden Liegenschaft muss man eigentlich, das sieht man dann auch im Setup, frühzeitig mit der Mieter reden. Und man muss ihnen die Änderung im Mietvertrag schmackhaft machen. Das hat Hannes Heuberger vorhin auch schon erwähnt, wie das stattfinden kann. Beim Neubau sieht es ganz anders aus. Dort kann man einfach schon im bestehenden Mietvertrag darauf hinweisen, dass das jetzt so ist, dass es einfach Solarstrom vom Dach gibt, dass die CEF dazugehört und dann wird das unterschrieben und dann ist es dann halt so. Ich würde sagen, vom Aufwand her ein bisschen einfacher. Und bei einer Genossenschaft, also wenn es eine juristische Person gibt, dort kann man es dann eigentlich auch in die Statuten reinnehmen. Also jeder, der Genossenschafter ist, in der Wohnbaugenossenschaft XY, ist automatisch auch gerade beteiligt an dieser Solaranlage. und b braucht noch Strom von dieser Solaranlage. Und dort ist natürlich das Regelwerk etwas anders. Für diese ganzen Verträge, also die ich jetzt angedeutet habe, Zusatz im Mietvertrag oder eben ein Reglement bei der StoWi, gibt es entsprechende Vorlagen. Also das muss man nicht wieder alles neu erfinden. Das ist von Energie Schweiz und vom BfW und von den Juristen, auch Swiss Solar usw. ist beteiligt gewesen, ist das schon mal eine Vorlage erstellt worden. Genau. Wie sieht es jetzt aus? Ja, wenn jetzt jemand nicht will, oder? Also wir haben jetzt hier die vier Parteien und der Dachgeschoss sagt, ja nein, ich habe jetzt schon genug Stress, weil das Ding auf dem Dach oben ist, jetzt will ich nicht noch den Solarstrom, oder? Das ist natürlich eine kleine traurige Geschichte, oder? Aber es ist möglich, man muss nicht bei einem Zusammenschluss Eigenverbrauch mitmachen. Jeder hat das Recht, um zu sagen, nein, ich will nicht. Fakt ist, dass nachher die ganze Verteilung, die Hauptverteilung natürlich entsprechend muss wieder umverdraht werden, oder? Und diese Kosten, die kann man also nicht abwälzen auf eine Partei, die nicht mitmachen will, und diese Kosten tragen die Eigentümer selber. Aber es ist möglich, dass man sagt, nein, ich möchte nicht. Das Ziel würde ich empfehlen, ist, dass man alle mitnehmen kann. Und es gibt natürlich auch gute Gründe, um das so zu machen, oder? Weil, eben, vorhin haben wir es auch schon gehört, der Solarstrom vom Dach ist nicht teurer, als der günstigste Strom aus dem Netz, oder? Also das ist schon mal ein sehr gutes Argument. Und dann muss man noch sagen, dass man zum gleichen Preis, wie eben Graustrom, kommt man ökologisch höherwertigen Strom über, würde ich sagen, ist ein weiteres Argument. Dann würde ich jetzt zum Teil Setup kommen. Also wie? Wie geht mir vor? Wir haben eine ganze Checkliste, die wir bei der Energiegenossenschaft Schweiz jeweils bei solchen Projekten verwenden. Die wäre auf der Website energiegenossenschaft.ch slash ZEF wäre die Downloadbar. Ich habe jetzt einfach ein paar Elemente daraus rausgenommen. Also wir haben jetzt das Gefühl, das ist jetzt vollständig. Ich nehme einfach ein paar Elemente daraus und kurz darauf eingehen. Auf was soll man achten? Also wir haben die vier Phasen in diesem Projekt. Genau wie es oft so in Bauprojekten ist. Ganz am Anfang ist sicher elementar, dass man mal das Potenzial vom Dach analysiert. Also was kann man überhaupt für eine Solaranlage darauf machen? Macht es überhaupt Sinn, mit dem Baum nebendran eine Solaranlage darauf zu machen? Oder was muss man unternehmen, dass es doch noch einen gewissen Ertrag gibt? Oder was ist der Ertrag, den man erwarten kann? In diesem Zusammenhang macht es auch immer Sinn, um zu schauen, ob es Möglichkeiten zur Optimierung, zum Eigenverbrauch zu optimieren. Das hat Hannes Heuberger vorher auch schon gesagt. Er hat von der Pelletheizung gesprochen und hat sich eigentlich jetzt eine Wärmepumpe gewünscht. Also das sollte man dann auch schauen. Oder gibt es Potenzial, dass man PV-Strom vom Dach an grosse Verbraucher im Haus weiterleiten kann. Dann was auch wichtig ist, ist die Analyse des Verbrauchs. Weil sonst kann man überhaupt keine Aussage machen, wie wirtschaftlich wird denn das ganze Ding sein. Also man schaut nicht nur, was ist das Potenzial der Produktion auf dem Dach, sondern man schaut auch, was ist der Verbrauch. Gewisse Leute können vielleicht auf einen Lastgang vom Verteilnetzbetreiber zurückgreifen und haben so eine Ahnung, wie sieht der Verbrauch aus. Andere haben vielleicht einfach eine Stromrechnung, wo sie das ganze Jahr sehen, dass es so und so viel war. Dort ist es noch ein bisschen schwieriger zu abschätzen. Ja, wie viel wird jetzt genau der Anteil sein, den ihr selber braucht. Wir bieten zum Beispiel hier in diesem Zusammenhang auch eine Lösung an, dass wir den Verbrauch messen. Also wir können in zwei Wochen zum Beispiel einen Lastgang aufzeichen im 5-Minuten-Takt überlagern mit der Produktion, die man dann auf dem Dach erwarten kann. Und dann kann man eine gute Aussage machen und sagen, der Eigenverbrauch wird in diesem Bereich drin sein. Dann geht es um die Dimensionierung der PV-Anlage. Das werdet ihr nachher sehen in den Beispiele, die ich bringe. Es ist nicht unbedingt zwingend nötig, dass man auf dem ganzen Dach einen Photovoltaik-Anlage macht. Teilweise macht es Sinn, dass man sie kleiner macht. Ich als Installateur sage natürlich, ja, nein, macht immer, also nein. Aber ihr seht, wo es irgendwo durchgeht. Wenn wir die Energiewende oder die Energiestrategie umsetzen wollen, dann müsste eigentlich auch jeder das ganze Dach decken. Aber es ist nicht immer sinnvoll. Und dann kommt sicher ein wichtiger Punkt hier in der ersten Phase. Man muss sich dann halt mal entscheiden, ja, macht man es jetzt oder macht man es nicht. Dann geht es in die Phase Planung. Also eben Kommunikation mit den Mietern kann teilweise auch schon vorher stattfinden. Ist sicher gut, wenn man sie frühzeitig an Bord nimmt. Weil am Schluss sind sie Nutzniesser vom Ganzen. Und auch natürlich eure Partner, oder? Sind sie schon vorher gewesen. Und jetzt vielleicht erst recht noch mehr. Das kann auch ein Zusammenkeitsgehöriges Fühl geben, wenn man davon... Ja. Dann muss man irgendwann mal bestimmen, ja, was kostet denn genau dieser Solarstrom? Werden wir nachher auch noch in den Beispielen sehen. Und welches Produkt, habe ich auch schon vorher erwähnt, welches Produkt tut man beim Verteilnetzbetreiber beziehen. Das muss mal geklärt werden. Dann muss man dann Zusatz zum Mietvertrag schreiben. Oder eben das Reglement der Stockwerkeigentümer. Dort kann es auch sein, wenn das auf einem gemeinsamen Dach gebaut wird, dass man am Schluss dann auch eine Dienstbarkeit im Grundbuch einträgt. Oder das kann dort ein wichtiges Element sein. Dann kommt ein weiterer Entscheid. Und zwar Echtzeitwert oder Verteilschlüssel. Wie weiss man jetzt, dass die Partei im zweiten Obergeschoss Solarstrom bezogen hat? Also sagen wir jetzt mal, wir haben den Tages... Heute war schönes Wetter. Der zweite Obergeschoss war über Mittag zu Hause, hat mit Solarstrom gekocht, oder? Und der erste Geschoss war nicht zu Hause, nichts gekocht, oder? Okay, gut. Wenn wir jetzt einen rustikalen Zähler haben, da hinten, dann kann der am Schluss nicht sagen, ja, wann ist genau jetzt der Strom gebraucht worden? Wir weiss einfach am Ende vom Tag, okay, der hat 5 Kilowattstunden gebraucht, und der hat 5 Kilowattstunden gebraucht. Aber das O.G. haben wir vorhin gesagt, hat ja über Mittag gekocht und hat somit mehr Solarstrom gebraucht, oder? Und wenn man jetzt einen konventionellen Zähler hat, dann kann der das nicht zeigen. Wenn man einen Smartmeeter hat, dann kann der im Viertelstundentag genau zeigen, wann ist was gebraucht worden. Und somit kann man auch auf Ebene eingehen und sagen, aha, du hast ja über Mittag gekocht mit dem Solarstrom, und darum wissen wir jetzt das. Weil sonst weiss man einfach, jeder hat so und so viel verbraucht, und als Gesamtes weiss man ja, okay, die haben 20 Kilowattstunden von der Solaranlage genommen. Also, es kommt dort auf Technik an, die man einsetzt, oder? Das eine ist Echtzeitwert, das ist mit Smartmeeter, dann kann man sagen, okay, wir bevorzugen dich, weil du am Tag Solarstrom gebraucht hast, du zahlst weniger, das ist dann möglich. Oder man macht es andersherum, mit einem etwas einfacheren Zähler, und dann kann man einen Verteilschlüssel anwenden. Dann kann man einfach sagen, okay, heute ist so und so viel Eigenverbrauch verbraucht worden, oder so viel Solarstrom in Eigenverbrauch verbraucht worden, und wir verteilen das jetzt über alle Parteien. Und dann geht es eben um die Unterzeichnung von den Verträgen, das habe ich gesagt, das sind zwei Stück, oder eben einmal ZEV-Verantwortliche mit dem Mieter, oder eben mit StoW, und das andere ist ZEV-Verantwortliche mit dem Verteilnetzbetreiber. In der Phase Bau gibt es natürlich auch viele, wo man darauf achten kann, oder? Ein bisschen den Handwerker auf die Hände schauen, und so, oder? Aber vor allem wichtig ist, dass man prüfte Zähler hat. Metas prüfte Zähler. Das Ding ist in der ganzen Gesetzgebung noch nicht so ganz klar verankert, aber es wird darauf hinauslaufen, oder es ist eigentlich absehbar, dass eine ZEV die gleiche Rechenschaftspflicht hat, wie ein Verteilnetzbetreiber, oder? Aber vielleicht kann man dann noch weitere Details hören. Dann gibt es am Schluss eine Abnahme und eine Beglaubigung von der ganzen Anlage, sowohl von der Photovoltaik-Anlage auch von der Elektroinstallation, die geändert worden ist. Die Beglaubigung wird mit einer Drittpartei zusammen durchgeführt, also dass auch nicht bei der ganzen Eingabe der Subvention beschissen werden kann. Dann, was auch empfehlenswert ist, dass Sie darauf schauen, wenn die Beglaubigung eingereicht wird, dass dort auch die HKN angemeldet werden. Also dass Sie überhaupt die Möglichkeit haben, der zweite Teil, der auch schon eingangs erwähnt wurde, nebst dem physischen Strom werden noch Herkunftsnachweise erzeugt. Aber da muss man sich anmelden. Es kann auch sein, dass das untergeht und nachher hat man dann kein HKN. Also die meisten Installateure machen das heute. Aber nicht zu vergessen, HKN ist der Herkunftsnachweis. Und dann in der Phase Betrieb gibt es auch einiges. Die Wartung der PV-Anlage sollte man nicht vergessen, auch in der ganzen Rechnung oder Wirtschaftlichkeitsberechnung. Reinigung und so weiter. Das kann einfach mal möglich sein. Dann gibt es Aufgaben Zählerstände ablesen. Das kann man automatisieren, das kann man aber auch manuell machen. Auch wenn es Mieterwechsel gibt, darf man nicht vergessen. Also dann muss man natürlich den Zählerstand wissen, wenn der neue Mieter reinkommt, was das genau war. Dann gibt es Rechnungen, die man zahlen muss. Also neu zahlt nur noch die ZEV-Rechnung die Rechnung vom Verteilnetzbetreiber. Nicht mehr die Mieter. Das ist dann die Aufgabe der ZEV. Dann kommt man Einkünfte über. Durch den Überschuss, der ins Netz eingespieissen wird, kommt man Geld über. Das gilt es zu prüfen. Und dann kommt man noch Herkunftsnachweise, die man vermarkten kann. Und was auch noch ein weiterer Punkt ist, ist nicht vergessen, Rückstellungen. Also es kann gut sein, dass bei der Photovoltaikanlage mal der Wechselrichter kaputt geht. Und dann ist es sinnvollerweise, hat man natürlich das Geld schon auf die Seite im Vorfeld. Oder wenn man eine Reinigung vom Dach machen muss. Und so weiter. Genau. Das sind so die Elemente, die es im ganzen Projektverlauf gilt, daran zu denken. Wie gesagt, vor der Energiegenossenschaft.ch gibt es die ganze Checkliste, die euch durch den Prozess durchführen sollte. Dann kommen wir jetzt zum Warum. Das möchte ich in zwei Teilen unterteilen. Ich beleuchte zuerst den Stromfluss. Wie sieht der Stromfluss in einer ZEW aus? Und danach beleuchte ich den Geldfluss. Und tue jeweils mit drei Beispielen das erläutern, was ich hier sage. Oder ich belege, was ich sage. Und wie gesagt, wir können schon auf relativ lange Erfahrung zurückgreifen. Und ihr werdet auch sehen, es sind einige Daten hier vorhanden. Genau. Die Grafik hier. Da sehen wir auch wieder die drei Stakeholder. Wir sehen die Beziehungen, wie der Strom jeweils fliesst. Genau. Vielleicht mal zuerst. Es gibt jetzt eine neue Solaranlage auf dem Dach. Und dort wird Strom abmietet oder Stove geliefert. Und dann reden wir immer noch von Eigenverbrauch. Dann gibt es Solaranlagen auf dem Dach. Und Strom, der nicht an die Mieter geliefert werden kann, weil sie ja eben nicht da sind. Oder ja, weil sie nicht genug verbrauchen. Der Überschuss wird ins Netz eingespeisen, geht zum Verteilnetzbetreiber. Und dann gibt es noch weiterhin, ist man am Stromnetz angeschlossen. Und eben gerade dann, wenn man selber nicht produzieren kann, dann hat man Versorgungssicherheit vom Verteilnetzbetreiber. Und das kostet natürlich auch etwas. Da tut man ja Netzabgaben, Energie und so weiter, muss man dort zahlen. Jetzt, wie sieht das? Also vielleicht noch zwei Sachen. Es gibt wie zwei Arten, wie man das Ganze beurteilen. Also zwei Kennzahlen sind bei Photovoltaikallagen und Eigenverbrauchen immer wichtig. Das eine ist der Eigenverbrauch. Also dann schaut man von der Perspektive von der Produktion auf dem Dach, was zeitgleich geliefert wird. Das ist Eigenverbrauch, haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Und das andere ist Autarkie. Die Autarkie schaut man den ganzen Bezug an, also der ganze Verbrauch. Und wie hoch ist der Anteil, den man selber produzieren kann. Also hier Autarkie und Eigenverbrauch. Das muss man unterscheiden. Aber das sind wichtige Kennzahlen. Und jetzt so in einem normalen ZEF kann man von diesen Zahlen ausgehen. Also 60% Eigenverbrauch. Man wird 25% Autark. Und man hat einen Überschuss von 40%. Also das ist einfach der Rest von diesen 60%. Jetzt in diesem Zusammenhang haben wir auch vorhin schon gehört, wie kann man jetzt machen, dass das mehr wird. Dort Thema Optimierung. Da gehe ich einfach ganz kurz darauf ein, weil es ist einfach immer wieder die Frage. Wir sagen ganz zu allererst, Wasser ist ein gutmütiger Speicher. Also bei Optimierungen mehr Eigenverbrauch. Dort schaue ihr den Boiler zuerst einmal an. Oder Speicher, die vorhanden sind. Vielleicht mit einem Elektroheizeinsatz, Solarstrom vom Dach, zack, gerade warmes Wasser machen. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist natürlich einfach Gewohnheiten umzustellen. Also das sehe ich oft, wenn dann so eine Anlage in Betrieb geht. Und eben die App wird angeschaut. Aha, jetzt haben wir einen Solarstrom. Ah, dann gehe ich jetzt gut die Arbeitsmaschine anschalten. Genau. Also ganz leichte Verhaltensänderung. Man macht nicht mehr den Strom in der Nacht mit dem günstigen Strom oder die Sachen an, sondern man macht das eben dann, wenn die Sonne scheint. Ist nicht immer möglich, oder? Aber klar, einfach Verhaltensänderung. Der zweite Punkt. Was ja ein super Hype ist. Batterien. Ja, wir wollen Batterien. Jetzt hat es gerade von der Reifwiesen Schweiz eine Umfrage gegeben. Ja, was würdet ihr euch im Haus machen, wenn ihr 30'000 Franken habt. Die meisten sagen mal eine Wärmepumpe. Und das Zweite ist Photovoltaik-Hanlage mit Speicher. Und dann erst ein bisschen weiter Photovoltaik-Hanlage ohne. Und dort ist es einfach so, wir haben schon diverse so Speicher installieren. Das ist eine tolle Sache, oder? Geht, funktioniert. Muss man vielleicht noch ein bisschen unterscheiden, ist es inselfähig oder nicht? Das wissen die meisten nicht. Also wenn das Stromnetz abgeschaltet wird, dann geht auch der Speicher nicht mehr. Meistens und die Photovoltaik-Hanlage. Nur wenn man ein inselfähiges System hat, dann geht das alles weiter hin und man ist autonom, oder? Einfach das gilt es zu beachten. Und das Zweite ist, Speicher ist noch einfach eine relativ teure Sache, oder? Also Batteriespeicher. Es ist, all die Angebote, die ich rauslasse, kommen die Leute oft am Schluss zurück und sagen, das ist ja teurer als der Strom aus dem Netz. Ja, ich habe es zu euch gesagt, dann müssen wir nicht extra das Angebot machen, oder? Also es ist einfach teurer als der Strom aus dem Netz. Ist Fakt, oder? Es gibt Leute, die das machen, oder? Und die haben meistens andere Beweggründe als der finanzielle Aspekt. Genau. Jetzt kommen eben die drei Beispiele. Das eine Beispiel, Alterswohnen in Biersfelden. 40 Wohnungen. Das ist, glaube ich, ein sechsstöckiges Haus. Das Oberste auf dem Dach, Flachdach oben hat eine Photovoltaik-Anlage. Das ist jetzt nur ein Drittel der Anlage, die man hier sieht. Die Zahlen, die ihr hier sehen, sind 2018, Januar bis Mai, also von diesem Jahr. Was man auch noch sieht, das ist erst im Februar bezogen worden. Darum zeige ich euch auch die Zahlen erst von hier. Hier sieht man gut, das war noch eine Baufase und hier ist bezogen gewesen. Jetzt haben wir wieder, wie vorhin gesagt, die zwei verschiedenen Perspektiven. Eigenverbrauch 79%, vor allem 60%, also das ist Fett, was die hier selber verbrauchen. Und nachher die Autarkie ist jetzt hier 40%, also sie kaufen im Netz noch 60%. Die Produktion ist jetzt 10 Megawatt gewesen, vielleicht über die Periode, die ich hier sage, etwa 30 Kilowatt-Peak-Anlage. 8 haben sie direkt verbraucht, 2 haben sie Überschuss gehabt, das ist das hier. 12 haben sie noch aus dem Netz bezogen und total haben sie 20 Megawatt verbraucht. Das zweite Beispiel, das kommt dann nochmal. Es ist vielleicht gut, wenn ihr euch das im Kopf behaltet. bei Biersfelden, dann haben wir eine Wohnbaugenossenschaft, Emme, 8 Wohnungen, Atelier, das ist jetzt das ganze 2017 drauf. Wir machen das schon, bevor es überhaupt legal wurde. Man kann auch mit dem Verteilnetzbetreiber sprechen, dann geht das manchmal. Aber halt nicht immer, haben wir auch gehört. Und da sind wir jetzt bei 40% Eigenverbrauch über das Jahr gesehen. 58% ist ins Netz eingespiessen worden und der gesamte Bezug, also ein Drittel können einfach selber den Strom produzieren oder müssen ein Drittel weniger Strom einkaufen. So kann man es natürlich auch sehen. Das ist eine spezielle Anlage hier. Da haben wir wirklich das Letzte rausgeholt, was ihr hier sehen könnt. Dann haben wir hier noch ein drittes Beispiel. Das ist in Loschdorf, Buchenhof. Das ist das Areal. Das sind mehrere Liegenschaften, nicht nur Reisgebäude, die hier involviert sind. 85 oder 86 Kilowatt bei PV-Anlage. Sehr gross, oder? Da ist noch Termin. Sorry, da ist noch Termin. Und dann hat es verschiedene Zimmer. Das ist eine sozialtherapeutische Einrichtung. Zimmer, Angestellte, Büros, eine Grossküche, eine Werkstatt. Also dort geht es voll ab, oder? Das ist jetzt, Ihr seht, das ist 2015. Das ist im Dezember 2015 in Betrieb gegangen. Und das sind jetzt Kennzahlen von den letzten Jahren, oder? Schwarz ist da, wo sie selber machen. Und, äh, das ist, äh, das ist, äh, also, zwischen, äh, knapp 70 bis 80 Prozent machen es eigentlich selber. Und, ähm, oder brauchen es gerade selber, sorry, und es geht nur 20, also 20 bis 30 Prozent wird ins Netz eingespiesen. Und wenn man es von der Perspektive, äh, Autarkie anschaut, dann haben Sie, den 1 Drittel hier, machen es selber. Und den Rest müssen Sie weiterhin noch zukaufen. Genau. Also das sind jetzt die drei Beispiele gewesen, die nachher nochmal kommen. Einfach aus der Perspektive, Stromfluss. Also, gleich, bevor wir zu den Zahlen gehen, würde ich gerne eine Frage stellen, oder? Wer, bitte Hand aufheben, wer weiss alles, wie viel Strom, das er verbraucht, pro Jahr? Okay. Gut. Und, äh, noch eine andere Frage, würdet ihr sagen, ist das eher, ist der Strom teuer, auf das ganze Haushaltsbudget angeschaut, macht das viel aus, oder ist es sehr wenig? Also wer findet, es ist viel, im Haushaltsbudget der Strom? Und wer findet, es ist eher wenig? Okay. Gut. Danke vielmals. Es interessiert mich immer wieder. Also ich bin jetzt erstaunt gewesen, dass so viele gewusst haben, was der Stromverbrauch ist. Das ist, äh, schon... Gut. Dann gehen wir jetzt eben durch zum Geldfluss. Also es ist wieder genau das Gleiche, die drei Stakeholder, oder? Ähm, und jetzt, wie sieht es mit dem Geldfluss aus? Ähm, vielleicht dort, bevor ich auf die Details eingehe, also eben, wenn ihr eine Photovoltaik-Anlage baut, dann kommen dir aktuell noch Subventionen über, oder? Kleine Einmalvergütung. Und wenn sie etwas grösser ist, die grosse. Aber Einmalvergütung gibt es noch, oder? Und die ist gesichert, weil wir das Energiestrategie 2050 angenommen haben. Also man hat den Beitrag, die Gelder, die in den Topf hineingehen, haben wir erhöht, oder? Und das wird es auch noch weiterhin geben. Nicht ewig, aber jetzt gibt es noch, oder? Dann gibt es Geld, eine weitere Quelle von der Amortisation, also eben, Einmalvergütung. Und eine weitere Quelle ist nachher, ähm, Einspeissenvergütung. Das Geld, das man vom Verteilnetzbetreiber bekommt, für die Energie, die man rausliefert. Das muss man abnehmen und muss auch das zahlen. Zu welchem Tarif? Ähm, da müssen wir noch etwas darüber reden. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch eine weitere Quelle, den Herkunftsnachweis. Den kann man auch vermarkten und wird oft vergessen, weil man es einfach nicht kennt. Man kommt nicht raus, oder? Aber, das kann man ein anderes Mal diskutieren. Ähm, daraus lassen sich dann eigentlich die ganzen Gestiegskosten errechnen, oder? Jetzt aber, Fakt ist, die Anlage mit Wartung und Tralala kostet etwa den Kilowattstunden 15 Rappen. Ähm, dann habt ihr Geld aus der Überschuss-Einspeisung etwa von 10 Rappen. Eben, das kann variieren. Sagen wir, 10 Rappen wäre wünschenswert. Ähm, ja. Das kommt man über für den Überschuss, den man einspeist. Dann, kommt man Geld über von den Mietern für den Strom, den man ihnen verkauft. Also, die ZEF verkauft in den Mietern für etwa 25 Rappen. Und dann haben wir auch gehört, weiterhin Bezug, das ist das, was wir kennen, sind auch etwa bei 25 Rappen. Also, ungefähr so kommt das daher. Ähm, es ist natürlich nicht ganz so einfach, oder? Ähm, es gibt gesetzliche Vorgaben. Wie muss man die ZEF abrechnen? Ist gesetzlich geregnet? Und ist auch natürlich ein weiteres Argument, das man den Mietern gegenüber vorweisen kann. man hat einen Mieterschutz eingebaut. Es darf nicht sein, dass der Solarstrom vom Dach teurer ist, als der Strom, den man aus dem Netz bezieht. Darum, ähm, sind eben die zwei Tarife gleich, oder? Also, das ist gesetzlich geregelt. Und es gibt natürlich auch eine ganz klare Vorgabe, wie man das errechnen muss. Aber, was man natürlich darf, so wie auch der Hannes Heuberger das gemacht hat, man darf natürlich den Strom günstiger verkaufen, als man es aus dem Netz bezieht. Das ist weiterhin möglich. Und das ist natürlich ein Verkaufsargument mehr. Jetzt kommen wir zu diesen Beispielen. Eben, wieder Alterswohnen, Bieresfelden, Stiftung Oberrot ist hier dahinter. Und das ist jetzt so eine Berechnung, eine Tabelle, wie das bei uns bei den Off-Werden daherkommt. Sieht jetzt ein bisschen komplex aus. Ich kann auch nicht auf alle Details eingehen, aber man kann ganz mal sagen, es gibt Kennzahlen zu der Photovoltaik-Anlage und zum ZEV. Also wir haben irgendwie eine installierte Leistung. Da kann man sagen, was das etwa für ein Tragen ist, den man produziert. Dann hat man Kosten von der Solaranlage, man hat abzüglich Subvention und dann kostet die ganze Messung noch etwas. Und da geht dann am Schluss eine Nettoinvestition. Dann gibt es Berechnungsfaktoren, die da rein spielen. Einspieissenvergütung vom EVU, also vom Verteilnetzbetreiber. Dann, wenn wir Glück bekommen, kommt man etwas für eine Harka hinüber. Dann hat man einen Referenzstromtarif. Und dann geht man von einer Annahme aus, wie viel ist jetzt der Eigenverbrauch? Und das habe ich ja vorhin gesagt, dass immer bei 79% waren. Und dann habe ich das einfach mal so dreingenommen. Dann dürfen wir eine Kapitalverzinsung reinnehmen, für die ganze Investition, für das Ding, was auf dem Dach oben ist, oder? Und für das Ding, was man auch im Keller untergeändert hat. Dann muss man noch etwas für Wartung und Unterhalt reinrechnen. Und dann am Schluss gibt es noch Verwaltungskosten, CEF. Das sind so Berechnungsfaktoren. Und daraus aus dieser Grundlage, die wir hier gearbeitet haben, obwohl alles teilweise auch noch etwas verschwommen ist, also am Anfang kann man nicht so gut sagen, wieviel wird der Eigenverbrauch genau sein. Im ersten Jahr weiss man es noch nicht. Sorry, beim Tag 0 weiss man es noch nicht, aber im ersten Jahr weiss man es etwas genauer. Kann man dann eigentlich den Kosten und Mehrwert ausrechnen? den Rahmen sprengen. Da kann man auf Profis zurückgreifen, die einem eine Empfehlung machen. Kapitalkosten, Annuität, was kostet es wirklich im Jahr? 3157 Franken. Dann hat man auch etwas für den Betrieb und Wartung. Von diesen zwei Positionen zieht man das ab, wo man die Einspeisevergütung vom Verteilnetzbetreiber rüberkommt. Und dann hat man die Kosten, was die Anlage wirklich ist. Und daraus kann man den Solarstrom berechnen. und man kann ausrechnen, was ist die Einsparung, die ein Mieter hat. Und man kann die Rendite ausrechnen, über 25 Jahre wird das Ganze abgeschrieben. Das sieht jetzt recht hübsch aus, in diesem Fall. Auch hier, 80 Franken gespart pro Jahr. Da ist noch nicht mal Zählermiete, die in Pfalz hineingerechnet. Plus ganz klar 23,51 Rappen und da sind wir bei 20,33 Rappen erfüllt. Die Anlage auf dem Dach produziert günstigerer Strom als das, was aus dem Netz kommt. Zweites Beispiel, Emma. Eine spezielle Anlage hat etwas mehr gekostet. Die machen auch eine eigene Ablässung. Die haben das nicht alles übergeben. Sie verzichten eigentlich auf einen Zins auf die Anlage. Genau. Und doch, am Schluss muss man eigentlich sagen, der Mieter hat in diesem Sinne 22,67 22,76 ist etwa gleich. Aber man kann natürlich sagen, die haben Solarstrom vom Dach und nicht das Grundstromprodukt vom Verteilnetzbetreiber. Also da ist der Case vielleicht nicht ganz so super finanziell attraktiv. und dann haben wir noch die Situation im Buchhof, eben das Areal. Da ist natürlich einiges mehr investiert worden. Man hat einen hohen Eigenverbrauchsanteil. Man verrechnet normale Preise hier. Und dann kann man ganz gut sehen, auch hier unterbieten wir den Preis vom EW um einiges. und hat eine höhere Qualität. Plus die Wirtschaftlichkeit ist auch durchaus sehr interessant. Also ihr seht anhand von diesen Beispielen, das ist nicht einfach nur eine schöne Malerei, die man hier betreibt, sondern es ist ganz klar beleidigt und Facts. ZEV nicht in jedem Fall, aber in grössten Fälle ist wirtschaftlich. Jetzt kommen wir zum weiteren Teil Dienstleistungen. Wer ist hier alles involviert oder wer könnt ihr beiziehen? Es ist ganz klar Elektroplaner, Solarinstallateur, Elektriker, ZEV Dienstleister das sind die wichtigsten Player, die man an Bord holen kann. Das teilt sich auf. Am Anfang die Planung Beratung, Bau und Realisation, Messung und Datenübertragung müssen gewährleistet werden. Dann gibt es ein Element Wer macht die ganze Verwaltung der Daten? All die Zählerstände anprüfen und das zusammenführen. Daraus eine Abrechnung erstellen, wo man die Nebenkosten Abrechnung herhängen kann. Dann gibt es auch ein Modul das ihr die ganze Rechnungsstellung abgeben könnt. Ihr habt mit allem nichts mehr zu tun. Es kommt einfach eine Rechnung zum Mieter, der zahlt das und sein Kassel ist auch nicht euch ein Problem. Hier gibt es auch Lösungen und dann hat man Lösungen im Bereich Wartung und Service also ein Wartungsvertrag mit dem Installateur und so weiter. Was wir bieten bei der Energiegenossenschaft Schweiz ist das ganze Paket. Gut, das kann die BKW auch. Aber wir können es auch. Und wir arbeiten natürlich auch mit gewissen Partnern zusammen. Aber wenn ihr eine Lösungen braucht für die CEF, dürft ihr also gerne zur Energiegenossenschaft Schweiz kommen. Und wir werden euch hier entsprechend unterstützen. Und wie gesagt, wir haben auch schon ein paar Referenzenobjekte, wo wir ganz stolz darauf sind. Ausblick lasse ich weg. Also ganz kurz das Areal. Das ist eigentlich ein mega Ding. Wenn Parzellen anliegend sind, dann dürfen wir also auch das zusammenschliessen. Und das kann gerade in grösseren Neubau-Siedlungen durchaus ein superinteressanter Case sein. Also die sind einfach nur noch an Trafostationen angehängt. Dort hat es einen Zähler und nachher ist die ganze Verwaltung und Abrechnung vom ganzen Strom, der in dem Areal verbraucht wird, liegt eigentlich in der Hand der Dienstleister oder von eurer eigenen Immobilienverwaltungsfirma. Oder wo das natürlich dann auch in den Nebenkosten einfach nebendran noch den Strom ausweisen. Also Fakt ist, Solarstrom vom Dach ist günstiger als grauer Strom aus dem Netz. Eigenverbrauch ist elementar, damit die Photovoltaikanlage wirtschaftlich betrieben werden kann. Werden Sie zum Stromproduzenten und verkaufen Sie den Solarstrom an Ihre Mieter. Win-Win für beide Parteien Eigentümer und Mieter. Der Eigentümer muss nicht für ein paar Rätten den Solarstrom ins Netz einspeisen. Der Mieter bekommt sauberen Strom zum gleichen Preis. Oder sogar noch günstiger. Gemeinsam die Energiestrategie 2050 umsetzen und eine enkeltaugliche Zukunft schaffen. Es braucht vielleicht etwas Mut zum Stromproduzent werden, aber es lohnt sich für alle Beteiligten. Hier ist der Link und ich werde nachher auch hier hinten am Tisch stehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.